Und da sind wir auch schon wieder zurück. So, jetzt muss man mal schauen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren und wo wir langen müssen. Hier sind auch ein paar Kisten, die können wir mitnehmen. Ah, guck mal. Äh, ja, Moment, Moment, Moment. Mein Lieber, beruhige dich. So, schnell abbauen. Da komm ich so ran, ne? Jo. Ein Schlüssel, glaub ich, brauchen wir noch. Drei haben wir. Und hier geht's weiter hoch. Aber jetzt weiß ich ja nicht, ähm, ob wir schon alles fertig haben. Ich geh einfach, ich versuch's einfach mal. So, da weiß ich gar nicht, ob ich da dran komme. Und das kann ich ja, das kann ich ja vergessen. Okay, dann muss ich den da oben dran lassen. Ich hoffe einfach mal, dass ich, ähm, den vierten und letzten Schlüssel hier oben noch finde. Da haben wir noch ein Buch. Sehr schön. So, ciao. Tschüss. Ich weiß halt noch nicht. Das ist, glaub ich, die dritte oder vierte Etage, ne? Hier wär auch, äh, witzig gewesen, wenn hier eine Kiste versteckt wäre. So. So. Ich mach mal so. So, wir müssen nämlich jetzt, aber jetzt wird's natürlich, äh, ja, noch labirintiger als labirintig. Und ich hab das Gefühl, dass die stärker werden. Oder beziehungsweise mehr aushalten. Naja, ich muss gleich mal das Inventar noch mal aufräumen. So, schnell alles mitnehmen, bevor hier wieder einer spawnt. Ja, das hab ich mir nicht schon fast gedacht. So, ciao. So, schnell abbauen. La, 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 la. Ah. Wie weit das wohl noch hochgehen mag. Ich mein, wir hätten ja... von außen auch hochfliegen können, aber das hätte uns nichts genützt, weil wir ja... die Schlüssel brauchen aus den Kisten. Und da ich mal denke, dass oben, ähm... dann der Eingang ist, ist das natürlich alles ein bisschen schwierig. So, warte mal. Ja, so langsam ist der Platz nämlich auch, äh... Ja, so langsam aber sicher, ne? Vielleicht kann man auch irgendwas wegschmeißen. Hier zwei Zucker, das kann schon mal weg. Die Perle, die lass ich mal, weil ich nicht weiß, wofür die gut ist. So. La, 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 la. Hier geht's nicht weiter, ne? Ne. Die Broken Spawner, die können wir noch mitnehmen. Aber dann hätten wir das hier. Das ist ja schon mal immer gut, wenn wir hier ein Abteil fertig haben. Hallo. Äh, wieder so ein Raum. Nee, von hier kommen wir. Ja, ja, von hier kamen wir. Ja, ja, ja. Hier kamen wir, ja. Dann hier, dann, ne? Alles meins. Huch. Das habe ich mir fast gedacht. So, schnell, schnell, schnell. La, la, la. Hier war doch einer. Der hängt ja oben fest. Ich hoffe, dass er jetzt nicht runterflattert hier. Direkt auf die Glatze. Warte mal, ich muss mal richtig hinsetzen. Mit ihren kleinen Stummelärmchen. Mit den kleinen Stummelärmchen. Bläh. Bläh, bläh, bläh. So, wir müssen mal schön umgucken. Wegen, äh, los Kistos. Na, hier geht es wieder geradeaus. Links, rechts. Wir müssen jetzt mal die Spawner weg. Na. Ich bin mal auf, ich, 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 bin mal auf den Boss gespannt. Und auf der Karte können wir auch schön sehen, wo noch, äh, hier Steingolems sind oder was auch immer. Hallo. 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 Bin ja schon ganz froh, dass das nicht irgendwas auch für Dings ist. Hier kann man aber auch nicht, hier kommt man nirgendswo drauf, ne? Ich glaube, obwohl man könnte natürlich so. Aber ich glaube, hier ist sowieso keine Kiste. Ne. Oh, okay. Sehr schön. Hallo. Was ist das denn hier? Kirschgras. Okay, hier geht es wieder hoch. Da vorne konnten wir aber nochmal lang gehen. Hier so. Na. Und nochmal zwei Kisten. Ich hoffe, da ist irgendwo noch ein Schalüssel drin. Ich weiß auch gar nicht, ob wir vier brauchen, aber ich glaube schon. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir auch vier Schlüssel brauchen. Hallo. Hallo. Okay, warte. Das funktioniert so nicht. Aber so. Okay, alles klar. Ciao. So. Komm. Gib mir irgendeinen Schlüssel noch. Einen Schlüssel rollen noch. Nichts. Da müssten wir ja die Gänge jetzt hier soweit fertig haben. Hier links, rechts ging es auch nicht mehr lang. Hier waren nur noch die. Okay, wir können noch einen hoch. Wo war das denn jetzt nochmal? Hier? Ne. Ne, das war schon weiter hier. Genau hier war das. Ich schaue nochmal, ob hier irgendwo eine versteckt ist. Man weiß ja nicht. Ne, aber... Ist auch gar nicht mehr so kaputt wie... Okay, wir sind oben, ne? Ja. Und hier wird das wahrscheinlich sein. Schlüsselstein der Natur. Wir brauchen wahrscheinlich vier, ne? Ja, vier brauchen wir. Oh, ich hoffe, dass man auch hier vier finden kann, ne? Ah, das wäre natürlich mega ärgerlich. Wenn wir erst noch so ein Moppet finden müssten. Das wäre natürlich ärgerlich. Ich meine, in den anderen Zauberturmen haben wir auch nur drei gefunden. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele wir in den zweiten gefunden haben. Ja. Ich meine, wir können nochmal alles abgehen. Schauen, ob wir irgendwo noch eine Kiste übersehen haben. Wo eventuell noch einer drin sein kann. Aber ich denke mal eher nicht. Na, so gut wie es geht, alles abgesucht. Hier, nein. Ja. Hier waren wir noch nicht. Na, sag mal. Mal direkt die Spawner weg. Dann weiß ich nämlich auch, dass ich hier auch war. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ja, hier waren wir noch nicht. Sehr schön. Da haben wir ja vielleicht nochmal eine Chance einzufinden. Ich hoffe es ja. Das wäre mir tatsächlich ein Jumbo-Plässier. Ich glaube, da ist was kaputt gegangen von der Rüstung. Jo, der Helm. Ich meine, wir haben ja noch den einen Helm. Aber ich glaube, der wird nicht reichen. Ich glaube, ein paar Schläge, dann ist der auch fertig mit der Welt. Wo haben wir den denn da? Hoch, hallo? Ja. So langsam ist schwierig, ne? So. Hier ist aber keine Kiste. Ah, schiesem. 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 Das sieht mir auch nicht nach Kiste hier aus. Nee. Nein. Nein, nein, nein. Oh. Das wäre jetzt echt belastend. Ach, nein. Warte mal da. Nee. Hier war auch nichts. Hier. Guck mal. Hier waren wir auch noch nicht drin. Ah, bitte sag mir, dass hier jetzt irgendwo noch ein Schlüssel ist. So, ciao. Das wäre mir ein Jumbo-Plezier. Nee, auch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Okay, pass auf. Dann können wir jetzt nämlich nach oben gehen. So, ciao. Dich mal hier weg. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wo waren wir dann nochmal? Da ist keine Kiste, ne? Nee. Wo ging es denn jetzt nochmal hoch? Ähm, ja, das ist natürlich jetzt wieder die Frage aller Fragen. Nee, hier müssen wir weg. Hier müssen wir weg. Ich glaube, ich hatte vorhin auch, äh, ach so, ja, stimmt. Ich wollte das ja nochmal mit Skyblock erzählen. Ähm, hatten damals die Insel mit Mirren angefangen. Aber dann so langsam, ja, musste man sie weg, weg, weg machen, wollte ich schon sagen. Rausschmeißen, weil, äh, oh, warte mal kurz. So, da bin ich wieder. Äh. Ich muss mal kurz durchatmen, weil, ähm, ähm, da soll noch eine Spedition kommen. Boah, Alter. Hui. Ähm, um die Gartenmöbel abzuholen. Äh, ja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo ich war. Kann sein, dass ich die Aufnahme gleich auch nochmal beenden muss, weil es, ähm, Fehlalarm war. So, hier geht es nach oben. Ich hoffe halt, die kommen nicht, wenn ich jetzt im Bossfight bin, ne? Äh. Naja, wir werden es sehen. Wenn nicht, muss ich auch Pause machen. So, let's go. Oh, it is in a Baum. Wie viel Leben hat der? 200 was? 250? Aua. Dornen. Oh, Gott. Ja gut, das wird ja jetzt witzig werden. Äh, Hilfe. Okay, was sind das denn für Dinger hier? Oh, ich hab, oh, ich hab fast keine Dings mehr, ne? Fast keine Rüstung mehr. Das ist blöd. Das ist blöd. Die Frage ist, wie komm ich denn jetzt an diesen blöden Baum da dran, sag mal. Baby, ein Axe wird work. Ich hab keine Axt. Scheiße, jetzt brauch ich ne Axt dafür. Woll ich ne Axt. Äh. Ah, scheiße. Okay, warte kurz. Äh, ähm. Ach, Mann. Wo hab ich denn Holz, verdammt? Warte mal, da hab ich doch ne Axt. Scheiße. Aber ich weiß, was ich habe. Warte mal, warte mal. Oh, Gott. Ähm, ich brauch Dings. Oh, Gott. Eins, zwei, drei. Stock. Alter Falter. Das ist ja jetzt echt mies. So. Ach. Oh, das ist so, das ist so doof. Mein Gott. Da ist er. Oh, Gott. Was macht er denn? Oh, muss ich das echt mit ne Axt machen? Oh, mit der Axt riecht doch gar nix hin. Mit der Axt riecht doch gar nix hin. Mit der Axt riecht ja überhaupt keinen Schaden. Ne. Das kannst du vergessen. Oh, jetzt kommt er auch noch, kommen wir an die Dinger hier. Das kannst du vergessen. Muss ich den echt mit der Axt besiegen? Kann ich auch hier raus? Wahrscheinlich nicht, ne? You can't leave now. Der ist ein active Boss. Wie lange soll ich den denn machen? Alter. Und meine Ausrüstung, ne? Die ist echt komplett für den Arsch. Alter, das gibt's doch nicht. Ich bin gleich tot, ne? Ne, ich bin gleich sowas von tot. Alter Falter. Ne, das schaffe ich nicht. Alter. Ich hab nicht irgendwie, kann nicht irgendwie ein Feuerzeug machen oder so, ne? Warte mal, ich mach mal erst mal wieder, warte mal. Nerv mich nicht. Ähm. Ja. Das Problem ist, der kriegt hier überhaupt keinen Schaden. Und jetzt komm ich hier nicht raus. Jetzt weiß ich nicht, wie ich den besiegen soll. Ja. Das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Ich geh mir nicht auf den Zack. No. Wie willst du da dran kommen, ist die Frage. Wie willst du da dran kommen? Das gibt's doch nicht. Sag mal! Nee, der kriegt keinen Schaden. Der kriegt keinen Schaden. Sag mal! Ah ja, jetzt kommt auch noch so ein Steingolem. Ja, nee, ist klar. Wow. Wow. Tja, und wie soll ich da jetzt reinkommen? Sag mal. Wie soll ich denn jetzt da reinkommen? Hm? Toll, mein Jetpick ist auch weg. Ne, ist alles weg. Okay, weißt du was? Das ist mir tatsächlich jetzt ein bisschen zu blöd. Sorry, aber... Nee. Nee, du. Zumal du da auch nicht mehr reinkommst. Dann fliegen wir jetzt da hin und, äh... Ja. Kann mal ein bisschen schneller fliegen. Sorry, aber... Obwohl, warte mal, ich kann ja den machen hier. Äh... Äh... Lolololo, lolololo, lolololo. Wo haben wir den? Da. So. Also, nee, das ist mir echt zu blöd. Zumal das Grab ja da drin ist und du kommst ja so nicht rein. Wo ist der Grab? Was ist denn hier oben drauf? Wo ist denn der Grab? Äh, was passiert hier? Wo ist denn das Grab? Wird es mich verarschen, oder was? Nee, oder? Jetzt sag mir nicht, dass das ganze Grab weg ist. Äh, Survival. Wo zeigt er mir denn an? Ah, okay. Okay. Es wäre dann tatsächlich hier draußen gewesen. Huch, nein. Aber nichtsdestotrotz. Ähm. Wo ist denn der zweite Rucksack? Nein. Ey, Alter, willst du mich verarschen jetzt? Das Jetpack, was ist mit dem Jetpack? Wer ist noch da? Oh Gott, da ist er. Oh Gott. Ich dachte schon jetzt, das wäre echt, äh, ich hätte... Aber die Schlüssel sind weg, ne? Ja. Ich will mal kurz was ausprobieren. Okay, wir können... Die Schlüssel sind drin, wir können da dann jedes Mal wieder rein. Ja. Nichtsdestotrotz... Okay, warte mal, ich komme hier nicht raus. Wir brauchen eine Axt dafür, aber... Ja, pff. Weiß man das? So. Oh, das ärgert mich jetzt, ne? Man muss mal wieder ein bisschen aufs Sinkflug gehen hier. Deswegen tut mir leid, aber ich muss jetzt einfach die Cheats aktivieren. Ich habe das sonst noch nie gemacht. Aber das war mir jetzt echt ein bisschen zu blöd. Gut, wir brauchen auf jeden Fall eine Axt, aber... Wie es halt weiter geht, äh... Ja. Ist halt dann auch die Frage, ne? Das ist dann halt ein bisschen die Frage, weil ich weiß nicht... Ähm... Was der noch alles braucht. Ach guck mal, da hätten wir ja sogar eine Axt gehabt. Ja, schau mal eine an. Ach, lecker mio, ey. Ich bin gerade echt genervt. So, warte mal, die Bücher, die kann ich direkt mal... Ich habe da, glaube ich, gerade schon ein Buch reingepackt, aber... Ähm... Ich nehme das mal nochmal kurz hier raus. Hallo? So. Die Bücher kann ich dann direkt mal... Halt's mal da oben! Ja, die Rüstung, ne? Ich glaube, die ist ganz kaputt gegangen. Naja, die ist ganz kaputt gegangen. Deswegen sind wir auch so arsch langsam. So, warte mal, ich wollte nochmal eben hier... Hup, 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 hup. Bisschen Energie wieder abholen. Energie. Ach, wie nervig. Ach, wie nervig. Die Musik ist auch zum Glück gerade schon wieder... Ich habe auch mal... Hup, 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 hup. Halt's mal. So. Jetzt schmeiße ich mal alles noch hier... Rein. Äh, ja. Muss man auf jeden Fall um, äh... Dings kümmern. Um, ähm... Oh, ist voll. Äh... Ja, super. Ja, super. Ja, äh... Pfff... Was wir natürlich machen könnten, wäre... Ich habe hier kein Dings mehr. Warte mal. 2,6k und so. Ach, ey, die ganze... ganzen Blödsinn. Warte mal, Draw haben, weil wir brauchen... Wir haben Vierer-Drawer noch, ne? Drei Vierer-Drawer. Ähm... Ja, ja. Ich packe die mal hier hin. So. So. Hup, gerade. Da brauchen wir erst mal Copper-Update. Da brauchen wir erst mal ne... Ich mach mal drei Stück. So, vier. Ähm... Ja, dann brauchen wir die Draw natürlich wieder, ne? Äh... Äh... Egal, die können wir ja gleich nochmal neu machen. So. Copper-Upgrade... Äh... Upgrade 1. Ah! Oh! Ja, legst du mir doch, Musch! Aber ich kann auch einfach ne andere nehmen, oder? Soll ich hier so machen? La, 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 la. Soll ich mich ja auch ... Vielen Dank.